Weißt du, wie man den, soll ich dir das verraten, wie man den findet, den neuen, den Miniboss? Ja, erzähl mal. Wenn du in die Schattensicht gehst, hörst du den schreien und dann musst du dann halt so mit links und rechts Drehung kannst du so ein bisschen die Richtung auspingen. Ja, okay. Das ist ja gut. Ja, schon wieder Hunde. Ich auch. Ja, alles. Kann man es auch machen? Hallo, wie sollte ich denn die sehen hier? Überhaupt gar nicht. Waren die zu sehen? Geld? 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 Wie kommt man hier weiter? Warte mal. Also, das ist Richtung Westen auf jeden Fall. Ich habe ihn schon schreien gehört. Oh ja, los. Oh, scheiße. Musst du doch umhauen und dich nicht selbst verkloppen lassen. Ja, ich war noch gerade ein bisschen beschäftigt. Jetzt habe ich meinen scheiß Speer verloren. Wo ist er? Ich kann auch nicht sehen, habe ich gesagt. Ich kann es sehen. Hab ihn. Gut. Sehr gut, sehr gut. Ja, direkt Westen, Nordwesten, irgendwie zwischen den Dingern wahrscheinlich wieder. Okay, vor uns und irgendwo... Ich habe gerade das Pferd abgeschlossen. Nee, danach war das. War ich schon ungefähr von wo? Das ging... Ich habe es genau gehört. Ich habe es genau gehört. Das war... Von dort. Warte mal, von dort. Irgendwie von dort. In der Richtung. Ich habe... Oder hast du einen Zombie nochmal abgeworfen mit so einem Ding? Nee, ich habe bloß das Pferd. Nee, dann muss jemand geschossen haben. Aber das genau gehört. Ich habe es genau gehört. Das ist so aufregend. So aufregend, dass ich schon wieder aufs Klo muss. Wie viele Hives hängen hier schon wieder rum? Ich sehe nicht mal einen Hype hier. Hör die bloß. Das ist alles. Löst wie ich. Alter, wie viel Schaden kann man denn kriegen für so einen kleinen Sturz? Achtung, das sind Fledermäuse. Da kannst du geduckt runter durchlaufen. Halt'n die dich an oder was? Machen die einfach nur laut oder was? Nee, die sind bloß zu laut. Das ist halt... Auch vor uns weh. Westen. Ja, die müssen nur irgendwo da zwischen den Bergen ist der neue Boss. Ah, ich habe ihn schon gesehen. Da ist schon was geflogen. Ja, da sind Spieler. Oben. Ich habe 10 an Rohr. Warte mal, vielleicht kriege ich... Ich habe was weggeballert. Das scheint auf jeden Fall. Hit. Down. Sehr schön gemacht. Das sind zwei gewesen. Haben wir den anderen auch umgebracht? Ich glaube ja. Das weiß. Weil ich habe den auch getroffen, den anderen. Also ich habe beide auch getroffen. Ist immer noch weiß. Rot. Dann komm erst mal weg, Alter. Der ist voll auf mich abgesehen. Ja, dann renne erst mal. Alter. Ist tot. Okay, aber da muss ja noch trotzdem Spieler sein, oder? Das ist ja eh nur eine Trophäe, oder? Die Richtung sind welche. Der hat einen Perk hier. Ich weiß. Ich muss bloß noch ganz kurz. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Was machen wir? Ja, die kommen auf jeden Fall in unsere Richtung. Habe ich schon nekromant bekommen. Mann, Fliege, hau doch ab. Ich werde attackiert. Hier liegt der andere Hunter. Ich glaube, die sind in der Höhle drin. Ja. Wo ist da ne Höhle? Aha. Komm. Dann komm hier rein. Komm hier rein. Oh. Einen habe ich gestroffen. Der blut und der brennt. Ja, komm erst mal her. Ja, komm erst mal her. Mach keinen Scheiß jetzt. Ich sehe keinen. Da hinten. Ja. Rot-Shirt. Red-Shirt. Ein T1-Hunter. Der hat auf jeden Fall gebrannt. Das ist jetzt gerade bloß einer. Der ist auf 165. Ein bisschen weiter zurückgefallen. Ich sehe den anderen Hunter gerade nicht. Den, was du hingebracht hast. Wo lagen der Achter? Ach, da unten. Warte mal. Ich habe noch eine Sekunde auf jeden Fall. Ich sehe keinen. Ich weiß nicht, ob das sich zurückgezogen hat. Da muss man irgendwie kurz mal gucken. Viel Munition habe ich nicht mehr. Das ist ja auch ordentlich verbraucht, wa? Oh, ihr kommt ja gar nicht hoch hier. Ja, nicht überall. Ähm, was machen wir jetzt halt hier? Ich will gucken, ob der noch da ist. Ich habe noch eine Sekunde. Ich kann noch mal gucken. Wir können den jagen. Weil der wird uns bestimmt gegenkommen. Ach, Mist. Das war ja Klampenman. Die sind in der Höhle unten drin. Achtung. Oh, der hat gefeuert. Nicht getroffen. Ich sehe sie nicht. Die sind auch im Höhleneingang drin. Okay, da liegt eine rote. Das ist ein neues Team anscheinend. Ich habe denen jetzt so ein bisschen den Eingang verschoben. Die können da jetzt nicht rein. Ja. Könnten wir bloß die andere Richtung mal gehen. Okay. Also mal durch die andere Höhle gehen. Auf jeden Fall mal irgendwie Munition. Die wehren uns jetzt. Ich muss jagen ein bisschen. Wir sind auf 135. Oh, hier sind die Punkte. Also mal bitte. und ich habe noch acht munition in meiner crack ja my my weiß gerade nicht wo ich hinlaufe aber ich weiß soll ich hier ist einmal munitionspezial wir haben uns bestimmt verfeuert ich höre auch nichts also wir laufen auf jeden fall richtung anderer bounty hier 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 das sind auch noch im haus drin das ist scrappy da gibt es keine munition das wäre natürlich ein bisschen doof jetzt ja hier 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 Ne Toolbox wenn du brauchst. Ne. Wir sind da hinten lang. Oh Mann ich hab mich verdrückt. Heise. Kann doch noch besser werden. Schlaf ein Kuh, schlaf ein. Mach die Äuglein zu. Wir müssen hier rechts dann ne. Ach. 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 Wir müssen, ja wir sind richtig Ich hab halt bloß Angst, dass da halt irgendwo einer sitzt und bloß auf uns wartet Möglich Oder uns ab Abaimt Deshalb bleib ich besser mal mit Bewegung Hier schwebt eine Waffe rum Zwei Waffen schweben hier Jo, wir haben es überlebt Jo, nice Wir haben sogar zwei Leute gekillt, ne? Ja Für uns Noobs ist das ja wirklich tatsächlich mal was Das ist gut Gutes, ne? Hatten wir jetzt nochmal Kaffee angesetzt eigentlich, wie ist das? Irgendwann? Ja Ach, vorhin war der jetzt so Und bevor wir Hand angestattet haben, war Kaffee Hm, hm Getötete Jäger plus zwei Hast du beide mir wahrscheinlich abgestaubt, ne? Ja, sieht so aus Ne, ich hab eingetötet auf jeden Fall steht hier Ok, ich hab zwei Merkwürdig Haben wir vielleicht zusammen den einen weggeballert Wir haben insgesamt drei getötet Du hast den Poem getötet Du hast zwei gemacht gehabt und ich hab den, den Solo getötet Wann war das? Ach, ich hab das komplette Team ausgelöscht Ha, ha, ha Vegas und Phenomenal Hab ich getötet Aber das siehst du gar nicht mehr wirklich, ne? Hm, ne Und du hast einen Einzelgamesspieler gekehrt, ja Es war bestimmt das Rocher Und ich dachte, ich hab den nicht umgebracht Hm Deswegen, ich hab doch, ich hab doch gesagt vorhin, der hat geschrien Da hab ich, also hab ich gedacht Weil dann dachte ich so, hä, wieso sagst du, der lebt noch Äh, für mich war die tot Die hat nämlich aufgeschrien, als du die übergestattest Für dich ja Für dich ja Hör mal, das getötet wird ja dann theoretisch eigentlich Wir haben jetzt Einmal den Hirnspros getötet Drei, äh, eins von drei Hm Zweimal Gegner in Brand gesetzt Und mit der Krack hab ich 230 Schaden Äh, zweimal, äh, ja genau Feindliche Jäger in Brand Aber das, da war, da Das warst du dann Weil ich hab's leider nicht Du hast ja keine Feuer Ach doch Beim ersten Spiel hab ich doch den Typie gekillt Mit Feuer Bei unserem ersten Wo der uns beide weggeballert hat Da hab ich den mit Feuer beschossen Hm Mhm Krass, krass Na gut, ich sag erstmal vielen Dank fürs Zuschauen Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder Bis dahin, tschüss Bis dahin, tschüss